Wir spielen jetzt Grand Battle Royale. Das ist so ein altes Spiel, was ich damals gespielt habe. Das war auch schon vor fünf Jahren oder so. Ja, ich glaube, das war es 2017. Ja, das habe ich damals mal gespielt, wo ich kleiner war. Ja, ich kenne davon noch viele Spieler, wie zum Beispiel den Battle Royale Modus. Ich weiß nicht, ob das viele kennen. Und hier ist tatsächlich hier auch Credits. Ja, ich kenne noch sehr viel. Ich kenne, glaube ich, auch noch ein paar Maps von dem. Wir spielen Battle Royale Modus. Ich weiß nicht mehr, ob das jemand spielt. Die Frage ist jetzt, wie ich steuere. Oh nein. Muss man wirklich so steuern? Okay, so kann man springen, aber... Kann ich nicht anders? Kann ich mich nicht ducken? Okay, aber jetzt ist die Frage... Ja, ich gehe lieber auf Handy. Warte. Hä, und ich komme hier auf jeden Fall. Und das... Ich bin ja irgendwie auf einmal jetzt auf Handy. Hä, aber... Oha. Ist das mein alter OG-Account? Nein. Das ist nicht mein... Nein, nein, nein. Das ist nicht mein alter. Ja, das ist nicht mein alter. Okay, schade, weil... Ich hatte noch so einen älteren Account. Ähm, ja. Aber das ist leider nicht mein alter Account. Ja, ja. Ich hatte da viel mehr Skins und so. Ich kann mich erinnern, aber ich habe da hier geschaut. Hier sieht man irgendwo, wie lang man insgesamt gespielt hat. Hier. Da sieht bei mir jetzt 49 Minuten. Bei mir stand da 24 Stunden. Ich habe mich so erschrocken und habe das Game installiert. Weil ich dachte so, WTF... Ähm... Ja. Aber tatsächlich... Ist es hier eigentlich... Ähm... Wieder das alte, oder? Also, die haben nichts geändert außer den Lobby-Screen. Äh... Und es kostet Geld. Ja, es kostet Geld. Okay. Äh... Ja, genau. Wir haben die... Boah, Sniper-Arena war ich so gut. Okay, wir spielen erst mal Battle Royale-Modus. Battle Royale-Modus. Ja, nein. Diese Map habe ich gehasst. Diese Map habe ich gehasst. Ich schwöre, ich habe diese Map gehasst. Junge, wieso müssen wir die jetzt spielen? Okay, der Battle Royale-Modus. Hier geht's First Person, aber ich spiele nie in First Person. So, okay. Äh, wo kann ich abstinken? Boah, die Map haben die ein bisschen realistischer gemacht. Ja, ich feiere die anderen Maps mehr. No joke. Ich höre aber leider nichts. Schade. Okay, go. Okay, perfekt. Los geht's. So, ich hole mir auf jeden Fall eine Waffe. Die spawnt irgendwie auf dem Boden. Das ist nicht so... Bei Fortnite irgendwie... In Chests oder so. Die sind auf dem Boden. Da. Ah, ja, perfekt. Hier ist direkt eine Waffe, okay. Hier ist direkt eine Waffe. Ja, First Person habe ich nie gern, ähm, mocht. Ja, dieser Kampf ist so ein bisschen... Du, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Okay, ich muss auch danach mal wieder Pixelgang ausprobieren. Das war auch so ein Jamm, was ich damals immer gespielt habe. Nein! Ja! Ja, let's go! Okay. Wir nehmen lieber das. Wir nehmen... Wir nehmen lieber ein Molotto. Ne, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Wie sieht die Zone aus? Okay. Ja, die Zone war auch immer so komisch, fand ich. Die Zone war auch immer so komisch. Okay, okay. Was ist das in der Nahkampfwaffe? Zu weit, ne? Zu dumm. So ist ein bisschen zu weit. Das ist halt so ein Fortnite-Offic, aber ich glaube... Ja, das war sogar vor Fortnite, äh, glaube ich. Also ich habe es zumindest vor Fortnite gespielt, 2017. Das war es, ähm... Fünf Jahre jetzt schon her. Was? Das ist fünf Jahre jetzt schon her. Die battlen sich da. Ich kill den. Ich staub erst mal ab. Das ist irgendwo Loot. Was? Oh mein Gott, ist der OP. Ja, ich habe ihn. Okay, ich habe ihn. Zweiter Kill. Ähm... Wo sieht man nochmal... Ah ja, da unten sieht man Leben. Stimmt. Das weiß ich selber nicht mehr. Kann man in diesem Spiel Leben regenerieren? Jetzt weiß ich ihn nicht mehr. Fahrt... Oh nein. Oh, oh. Uns ein bisschen Campen. Camper spielen. So. Okay, gut. Perfekt. Nein! Nein! Ihn. Oh. Äh, nee. Diese Aufnahme, die backt so rum, ne? Das ist die Hinsicht. So dumm gemacht irgendwie. Ich hoffe, das sieht man gleich. Wieder. Komm, bitte. Jetzt sieht man es wieder, okay. Extrem dumm gemacht, so. Ich habe wenig Leben, aber die regenerieren halt nicht. Ne? Das ist so dumm. Die Leben regenerieren nicht, oder? Nein. Vielleicht wenn ich auf K stehe. Hä? Wie war das nochmal? Ach, stimmt. Das gab ja Medikits. Stimmt. Komplett vergessen. Ich habe es ja mal komplett vergessen. Okay, wir sind jetzt in der Mitte der Zone. Ich warte auf Fisch seine Nachricht, weil, ähm, der wollte mit mir gerade spielen. So. Aber ich sehe gar nichts. Oh! Ja. Äh, es ist verschwunden. Ah, da war Schild. Nein. Ah, Luft. Okay, Lootrop, oder? Lootrop, wo, wo, wo? Da. Hm, die Frage ist, ist da die Zone, oder ist da die Zone nicht? Ich, ja, ich denke, Nein. Player hat mich eliminiert. Schade. Schade.